Hallo zusammen, ich bin heute nicht alleine vor der Kamera, sondern mit dem lieben Tom. Der Tom ist ursprünglich aus Bayern, ist Soldat gewesen in Deutschland, Polizist gewesen und ist dann in die Schweiz ausgewandert. Aber ich denke, am besten stellt der liebe Tom sich mal in seinen eigenen Worten vor. Danke, Christian. Ja, ich bin der Tom Herzing, komme ursprünglich aus Ingolstadt in Bayern und lebe jetzt mittlerweile das zwölfte Jahr in der Zentralschweiz im Kanton Luzern. Und eben, du bist, das wird wahrscheinlich sehr interessant sein für viele Zuschauer, du bist aus Bayern, quasi, wenn man so will, das bestfunktionierendste Bundesland vermeintlich, oder? Ja, ich glaube. Bist du in die Schweiz ausgewandert und was hat dich denn überhaupt dazu bewogen? Weshalb bist du in die Schweiz ausgewandert? Mit beruflichem Hintergrund. Also ich habe bei der bayerischen Polizei Aufgabe gehabt, das bayerische Amokkonzept zu erstellen, mitzuerstellen. Und im Rahmen dessen war ich immer stark in der Recherche und habe geschaut, wie andere Staaten eben dieses Thema angehen. Und im Rahmen dessen habe ich dann Kontakt hergestellt mit der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch. Und der Kontakt hat sich gehalten und irgendwann einmal habe ich die Einladung gekriegt zum Tag der offenen Tür, wo sie mich eben kennenlernen wollten. Und im Rahmen dessen haben sie dann gesagt, Mensch, du würdest gut zu uns passen. Und für mich war das wie eine Worthülse und es hatte keine große Bedeutung beigemessen. Und nach einem Jahr hat man wieder Kontakt gehalten und irgendwann einmal einen Anruf gekriegt, dass sich eben hier die Stelle aufgetan hat als Fachbereichsleiter für Sicherheit und Einsatztaktik. Und ja, und dann habe ich mich dort diesem Assessment-Verfahren gestellt, offensichtlich gepunktet, dann meine Lebenszeit für Behandlung bei der Polizei eben beendet und mit Frau, zwei schulpflichtigen Kindern und unserem Schäferhund dann in die Schweiz gezügelt. Und hast du denn vorher schon Kontakt gehabt mit euch oder warst du schon in der Schweiz vorher gewesen? Kanntest du das Land, die Leute? Tatsächlich nicht wirklich. Beim Militär war ich auf dem Berner Marsch, das ist ein Zwei-Tage-Marsch, und auf dem Bieler Lauf. Und das waren eigentlich so die einzigen Berührungspunkte, die ich mit der Schweiz selber vorher gehabt habe. Erstaunlicherweise war die Schweiz nie auf dem Schirm. Ich habe nach dem Militär den Wunsch geäußert, im Ausland zu arbeiten, zu leben, und da war Kanada im Fokus. Und da haben wir dann das Jahr eben uns Auszeit genommen und waren in Kanada mit unserem damaligen Sohn, ähm, damaligen Sohn, das ist ja heute noch der Sohn, der war 15 Monate und waren hier dann in verschiedenen Provinzen und Territories und haben hier dieses Land bereist. Und wie es der Zufall will, hat sich das dann mit der Schweiz ergeben. Ja. Und wie hat denn das Umfeld reagiert? So eben, du hast gerade gesagt, du musstest ja die Verbeamtung aufgeben. Das ist nicht so, wie man es sich vorstellt in der Privatwirtschaft, einfach Kündigung und dann ist die Sache gelaufen, oder doch? Ja, kann man sagen. Also du kannst jederzeit deinen Dienst kündigen. Es gibt hier keine Kündigungsfristen. Okay. Dann wird das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit dann beendet. Tatsächlich war es so, dass mein Chef die Kündigung, wie ich nicht akzeptieren wollte. Ich meinte, das ist jetzt aus der Laune heraus, aus einer Frustration, Midlife-Crisis oder Ähnlichem. Und dann, das habe ich recht charmant und auch wertschätzend empfunden. Dann sagt er, nein, das akzeptiert er nicht. Ich soll morgen wiederkommen. Und am darauffolgenden Tag war dann der Personalrat und er dann mir gegenüber gesessen und haben nochmal auf mich eingeredet. Und jeder hat einmal einen Durchhänger und welchen Lehrgang willst du und du bist der Supermann und so auf die Art. Und dann sage ich, nein, der Entschluss steht fest, ich muss hier auf zu neuen Ufern. Ja. Ja. Und wie ist es denn? Vermisst du denn Deutschland? Familie lebt nur in Deutschland. Also meine Mutter, meine Geschwister und auch sehr viele langjährige Freunde leben nur in Deutschland. Die, den Kontakt oder dass sich der Kontakt und die Treffen entsprechend sich ausdehnen, das vermisse ich ja. Deutschland tatsächlich, ich bin jetzt zwölf Jahre, oder wir sind zwölf Jahre jetzt in der Schweiz, wird der Abstand immer größer und vieles befremdet mich mittlerweile, wenn ich jetzt hier in Deutschland so die Menschen sehe in meinem Alter, teilweise die Pfannflaschen sammeln oder Ähnliches. Also das betrübt mich, das macht mich traurig und auch so andere Entwicklungen, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir hier in der Schweiz sind. Ja. Und eben Familie und Freunde besuchst du noch? Wie regelmäßig bist du denn noch in Deutschland? Wir haben jetzt Ende März, wir haben meine Mutter 80, das haben wir große Familienfeier, das haben wir wieder komplett beieinander. Ansonsten habe ich auch geschäftlich immer wieder in Deutschland zu tun, in Süddeutschland, und dann nutze ich die Gelegenheit und besuche eben eine Familie in der Stadt. Ja. Aber so dementsprechend das Leben jetzt, oder du bereust es nicht, ausgewandert zu sein, oder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Die ganze Familie nicht. Am Anfang war es für unsere Söhne wie spannend. Die sind zum Zeitpunkt der Auswanderung, waren sie 14 und 16, also beide noch schulpflichtig. Der Jonas, der Jüngere, war in einem Gymnasium mit, ich glaube, 1500 Schülern. Und dann sind wir hier in einer Ortschaft mit weniger als 1000 Einwohnern, mit der Dorfschule. Der hat sich am Anfang recht schwer da, wo wir eine andere Erwartungshaltung gehabt hätten. Hingegen der Lukas war der Hans Dampf in allen Gassen und war dann sehr schnell bekannt. Und tatsächlich, trotzdem war der Lukas derjenige, der dann gesagt hat, na, Schweiz, er möchte dann so schnell wie möglich wieder zurück zu seinen angestammten Freunden, mit denen er im Kindergarten eben seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Und ist jetzt kein Thema mehr, der ist jetzt seit fünf Jahren mit seiner Freundin, Schweizerin, festkliiert und fühlt sich hier sehr, sehr wohl oder beide und keiner will zurück. Okay. Ja, hat sich dann also gewandelt. Definitiv. Ein bisschen, ja. Und du hast es, ich glaube, gerade schon erwähnt, du warst an einer interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch. Wie war das denn für dich als Deutscher? Also ich stelle mir das ein bisschen speziell vor, weil eben Sicherheitsbereich, oder? Und man weiß ja, ich glaube, in der ganzen Schweiz ist es so, wenn man Polizist werden will, muss man Schweizer Staatsbürger sein. Ich glaube, es gibt manche Ausnahmen mit Ausweis C, aber dann wird oft auch Schweizerdeutsch gefordert und so. Und wie war das denn für dich? Wurdest du mit offenen Armen empfangen oder gab es da auch Gegenwind, sage ich mal? Also, ich war sehr angespannt. Ich habe gemeint, ich kann hier gewisse Parallelen zur deutschen oder bayerischen Polizei ziehen. Das war so gut wie nicht möglich. Ist dem Kantonliggeist natürlich geschuldet. Ich habe ein Riesenglück gehabt und für den bin ich heute noch dankbar. Mein Stellvertreter, der war absolut eine Riesenunterstützung für mich im Rahmen der Einarbeitung. Und wir haben sehr schnell auch zueinander gefunden. Und ich erinnere mich an eine recht nette Geschichte. Ich war Fachbereichsleiter für Sicherheit und Einsatztaktik. Also alles, was Schießen, Taktik, Selbstverteidigung und Ordnungsdienst in Deutschland sagt man geschlossener Einsatz dazu, waren mir verantwortlich. Und allein im Bereich Schießen war es ein Pool von 200 Instruktoren. Wie war es weiter? 200 aus unserem Konkordat, sprich aus 11 Kantonen, Kantonspolizeien, haben sich die rekrutiert, um möglichst praxisnah auszubilden. Die sind also dann für diese Ausbildung, für die Lektionen abgestellt worden und haben hier unterrichtet. Und jetzt habe ich einen WK durchführen sollen. Entschuldigung, einen KVK, einen Kader-Vorkurs. Ich habe gar nicht einmal gewusst, was der Begriff bedeutet, geschweige denn dann sowas leiten. Und ich bin mir vorgekommen wie im Justin Bieber-Konzert. Also das waren lauter Testosterongesteuerte, in der Regel Leiter von Spezialeinheiten. Und die haben sich wirklich darum bemüht, dass sie im ersten KVK eben dabei sind, um ein Urteil über mich im Chor weiterzugeben. Und ja, das war mir klar. Und wie ich mich da vorgestellt habe, habe ich gesagt, Jungs, passt auf, wenn ihr das Gefühl habt, ich erkläre euch jetzt, wie man richtig Polizeiarbeit macht, das könnt ihr euch abschmünden. Und ihr macht eine super Arbeit. Und es ist aber sehr viel uneinheitlich. Und vielleicht gelingt es mir, eine Einheitlichkeit einzubringen. Und ich habe dann eben ein paar Geschichten erzählt, eben vor dem Waffenlauf, wo ich einmal in der Schweiz war. Das war jetzt das dritte Ereignis tatsächlich. Und da war ich relativ fit. Und da haben wir das Ziel schon gesehen und sind da auf das Ziel zugerannt. Und hinter mir höre ich dann, komm, Urs, die Schwöbel ist da vorne, die backen wir noch. Dann schaue ich nicht so um. Dann habe ich gemeint, das ist der Almöhe von Heidi. So ein gefühlter, 80-jähriger Kreis mit so einem Rauschelbart. Und der ist grennt wie ein Jungsrehe. Und dann habe ich noch Gas gegeben mit dem Ergebnis der Siegerehrung, dass ich beim Ziel, war es an so einem Tisch, dann sind mir wirklich meine Beine zusammengebrochen und habe mir das Kind fast am Tisch angehaut. Und das Schlimmste war dann, wie dann der Typ hinter mir gestanden ist, eben der Almöhe, klopft auf die Schulter, sagt er, Schwöbel, das war jetzt noch ein guter Endspurt. Ich habe nur so hochgeschaut, denke ich mir, du, ach. Und das war wirklich so ein nettes Erlebnis. Und das hat mir auch gezeigt, wie die ticken und wie bursche Kosti sind. Und das war dann auch nie das Thema, dass ich, ich habe von Beginn an, bin ich akzeptiert worden. Und die Frage ist natürlich schon auch berechtigt. Brauchen wir jetzt schon die Ausländer? Brauchen wir jetzt die Deutschen für die Polizei? Wo sind sie jetzt denn noch beteiligt? Ich darf wirklich sagen, vielleicht auch meiner Art, auf Menschen zuzugehen, geschuldet. Ich habe nur beste Erfahrungen gemacht. Wir waren lange Jahre, nachdem ich auch nicht mehr in der Polizeischule war, haben wir uns dann regelmäßig getroffen, sogenanntes Taktikfreundetreffen gemacht. Das waren eben die Chefinstruktoren. Dann haben wir uns privat getroffen und war jeder mit der Organisation des Tages dann betraut. Und das habe ich sehr geschätzt. Also wirklich tolle Menschen kennengelernt. Ja, das hört sich wirklich richtig toll an. Und eben, als Deutscher dann da hinzukommen, dass das so gut gelaufen ist, wirklich bemerkenswert. Ja, es war auch spannend. Ich habe wirklich Stress gehabt. Stress in der Art, dass ich völlig reizüberflutet war. Ich wollte meine Arbeit gut machen, plötzlich war ich Prüfungsexperte. Ich soll auf den Prüfungsexpertenkurs gehen, Polizisten prüfen, eidgenössische Prüfung, wo ich nicht einmal weiß, was für Inhalte das da gewesen sind. Und ähnliches mehr. Plus dann die Sprache. Das heißt, ich habe darum gebeten, dass alle ihren Dialekt pflegen. Ich habe gesagt, ich muss mich anpassen und es ist an mir, dass ich euch verstehe. Und gleichwohl hat das mir Stress gemacht, sodass wir in Fachgremien, wenn dann irgendwie das Thema war von der StPO oder von FIATS oder Ähnliches, diese Polizeisprache, dann war die mir fremd. Also StPO war die Strafprozessordnung, wo wir als STPO in Deutschland bezeichnen. Oder FIATS ist Fahrer in angetrunkenen Zustand. Das sind nur so neue Begriffe gewesen. Und das hat mir sehr viel Stress im Kopf gemacht. Und das ist mir dann aufgefallen, wie ich dann die Grenze nach Deutschland wieder heimgefahren bin, am deutschen Radio gehört habe, dass das dann eins zu eins richtig sofort die Botschaft bei mir angekommen ist. Und das war eine sehr starke Reizüberflutung. Zum Schweizerdeutsch, da komme ich dann gleich noch zu. Das ist auch eine spannende Frage. Und welche Unterschiede hast denn du so bemerkt in der Tätigkeit zwischen den Schweizern und den Deutschen? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, ja. Also wenn ich nochmal auf das Beispiel Polizei zurückkomme in der Ausbildung, die sind sehr, sehr, sehr pragmatisch im Vorgehen. Die Schweizer. Die Schweizer. Das heißt, in der Schießausbildung schießen zum Beispiel acht Auszubildende nebeneinander. Auch versetzt, wo also der Einzelschütze deutlich vor anderen Schützen steht. Und da hätten sie in Deutschland sehr große Sicherheitsbedenken zum Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit der Polizeischule gehabt, mit der Polizeiakademie in Tuttlingen. Und dann haben wir Gäste da gehabt und war dann so ein Übungsschießen. Run and take cover. Das war, die Schützen haben also parallel vom Ziel aus gestartet, mit durchgeladenen Waffen, sind dann zurückgelaufen und haben dann verschiedene Hindernisse sich vorgearbeitet. Scharfer Munizierung? Mit Scharfer Munizierung. Und diese Frage war auch von den Deutschen. Ja, die Waffen sind dichtgeladen? Doch, sind schon geladen. Ja, wenn was passiert, also passiert nichts. Dann Übungsbeginn, dann sind die zurück und vorwärts und körperliche Belastung. Und wie es dann vorne waren, dann sind sie an uns vorbei, Tür auf, haben einen Schießkeller verlassen, sind dann Treppe hoch, rüber, Treppe runter, damit der Puls ein wenig hochgeht. Aber jetzt sind die Waffen entladen. Es sind immer noch, das gäbe es bei uns nicht. Und das war genau das, was mir so auch gefällt. Einfach hemmzämlich, bursche groß und einfach machen. Und was denkst du dir denn, wie kamen oder wie kommen diese Unterschiede zustande? Dass die Schweizer pragmatischer zum Beispiel sind und die Deutschen anscheinend nicht. Das ist tatsächlich eine Schweizer Eigenart, die vermutlich geschichtlichen Hintergrund hat. Sie reizen Sicherheitsbestimmungen sehr stark aus. Man sieht es ja, wenn ich mit meiner Frau biken gehe oder joggen, dann wird man möglicherweise überschossen. Man hat das Gefühl, man ist im Zielgebiet und das verursacht bei meiner Frau oftmals ein Unwohlsein. Bei uns jetzt in der Nachbarschaft, wenn man von einem Ort zum nächsten fährt, da wird man, wenn man mit dem Auto fährt, wird wirklich über einen drüber geschossen. Da wird hier, das ist ganz normal, auch Kugelfänge. Es gibt hier keinen linken und rechten Kugelfang, sondern einfach nur zentralen, man schießt den Hang rein. Das ist alles sehr burschkos pragmatisch. Und insgesamt auch der Umgang mit Waffen. Es ist so, dass die Polizeischüler tatsächlich 24-7 Zugang zu den Waffen haben. Es gibt hier einen Waffenverantwortlichen pro Klasse, der Zugang zu Waffenkammer hat. Und ja, es ist hier alles kulturell eben auf Schusswaffen sehr, in Deutschland unvorstellbar großzügig. Also da werden wir hier dann schon Waffen nach oder Ähnliches behandeln. Aber das ist hier eine ganz normale Geschichte. Ja, auch beim Militär sieht man es auch bei den Soldaten, bei den Rekruten, die halt einrücken. Ich meine am Bahnhof in Zürich, da sehe ich regelmäßig dann welche, die das Sturmgewehr auf dem Rücken haben. Und dann, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn hier jetzt los? Also Maschinenpistolen sieht man in Deutschland am Flughafen, auch manchmal am Bahnhof. Das ist dann aber irgendwie was anderes. Aber das war ein richtiges Sturmgewehr. Da habe ich echt gedacht, was ist denn hier los? Oder ich war auch mal bei einem Freund, bei einem befreundeten Schweizer, und da war ich unten, sollte ich einen Wein holen aus dem Keller? Und dann lehnte da auch das Sturmgewehr so dran, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist, weil es, glaube ich, im Waffenschrank muss. Aber eben, das ist ja auch so etwas, dass die Schweizer dann auch ihre Waffe mit nach Hause nehmen können, nachdem sie den Dienst schon abgeleistet haben. Gibt es hier den Spruch, wie soll ich ein Land verteidigen, wenn das Land kein Vertrauen mir entgegenbringt? Das ist so ein geflügelter Begriff. Ich war eine Woche in der Schweiz, du, Tom, MP5, also das ist eine Maschinenpistole, mit Schalldämpfer, wäre ihm ein Sonnenangebot. Dann sage ich, brauche ich doch nicht, ich habe die ganze Palette. Wie seid ihr drauf? Ihr seid die europäischen Texaner, habe ich dann gesagt. Die Art haben sie dann auch geschätzt. Ja, da merkt man dann schon das Pragmatischere. Schon, ja. Ja, vielleicht nochmal zurück von der Chronologie her. Ich habe im Januar 2011 meinen Dienst bei der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch begonnen und die Familie war zu der Zeit immer noch in Deutschland. Und ich war im Polizeischuleigenen Hotel untergebracht und bin jede Woche in die Heim gefahren. Und das war natürlich dann schon eine entsprechende Belastungsspitze. Also die räumliche Trennung von Frau und Kindern plus die Frau hat daheim die ganzen Abwicklungen gemacht, Versicherungen und Kündigungen als Haus, wo wir damals noch mit dem Eigenheim gehabt, hergerichtet zur Vermietung. Und dann haben wir im Professorium in meinem Jugendzimmer bei meinen Eltern am Schlafen. Kinder sind dann ja blöd angemacht worden. Ja, ich meinte, ihr wandert jetzt aus und jetzt bist du immer noch da. Das stimmt ja gar nicht so. Also auf diesem kindlichen Kontext. Und dann hat die Frau gesagt, du pass auf, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir nicht zusammenkommen. Und ich habe mich die ganze Zeit bemüht, nach dem Haus Umschau gehalten, nichts gefunden. Die Mietobjekte waren auch nicht ansprechend. Und dann hat die Frau gesagt, du, dann müssen wir halt interimsmäßig in eine Mietwohnung gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so mein Plan, aber ja, es ist wohl jetzt der einzige Weg. Und dann habe ich mich auf eine Anzeige gemeldet, dass eine Wohnung zu vermieten wäre, in der Nähe von der Polizeischule, in der Nachbarortschaft. Dann habe ich mit dem Vermieter eben Kontakt aufgenommen und bei der Wohnungsbesichtigung, und da rechnet sich halt meine Art. Ich bin halt offen und sage, du pass auf, es geht hier um eine Interimslösung. Das Ziel ist eben Eigenheim. Und ob er denn was wüsste. Dann sagt er, das ist jetzt nicht so primär sein Interesse. Er ist an langfristiger Vermietung interessiert, was natürlich klar ist, aber gleichwohl zeigt er mir die Wohnung. Und dann sind wir hoch und wir stehen am Balkon und plötzlich dreht sich um und fängt das Laufen an. Und ich eben hinten nach. Und dann ist er zu einem mir damals unbekannten Mann, sagt er, du, ist das Haus noch zu verkaufen? Und dann sagt er, ja, ja, hast du einen Schlüssel? Dann habe ich da das Haus besichtigen können. Es war im Neubau. Eine Woche vorher Küche, Boden, Belege, alles rein. Und habe dann Fotos gemacht, habe das meiner Frau geschickt. Und dann sagt er, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt wochend gleich runtergekommen. Dann haben wir uns das Haus noch mal anschauen können. Und ja, dann habe ich Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen. Der war überrascht, weil es war nirgends inseriert. Und das war eigentlich nur so, ja, Mund zu Mund bekannt. Und dann habe ich den, ich habe vorbehalten, ich glaube 40.000 Franken überwiesen. Den habe ich nie gesehen. Keinen Vertrag, kein nichts. Einen Hausschlüssel gehabt. Und dann sind wir im Mitte April 2011 ist dann Familie mit Freunden, sind wir dann gezügelt. Und für mich gilt halt das gesprochene Wort. und es ist alles super aufgegangen. Ich glaube, vier Monate rauf haben wir erst unseren Notar-Termin gehabt und ist das Ganze dokumentiert worden, also offiziell. Aber das ist natürlich auch für mich ein guter Einstieg, weil ich sage, okay, da fühle ich mich wohl. Also wenn das gesprochene Wort eben noch was gilt. Auf jeden Fall, ja. Also auch ein bisschen Glück natürlich dabei, oder? Ja. Aber muss man auch haben. Ist einfach so. Gut, meine private E-Mail-Adresse heißt who the airs wins. Also wer wagt, gewinnt. Das ist auch mein Lebensmotto. Ja. Und ich vertraue da drauf, dass es gut kommt. Ja. Und ich gehe vom Positiven aus. Wir haben es vorhin schon mal, oder es ist vorhin schon mal angesprochen, mit dem Schweizerdeutsch. Meine Frage ist jetzt da, an jeden Deutschen, den ich immer stelle, gab es Probleme mit dem Schweizerdeutsch. Bei dir ist es noch, finde ich, was Besonderes, weil ich habe schon oft gehört, dass gerade Süddeutsche und natürlich Badener oder Schwaben, aber auch Bayern weniger Probleme haben mit dem Schweizerdeutsch. Ist das so? Also ich möchte, oder kannst du das auch umformulieren, ich möchte sagen, dass Bayern haben es sehr gern. Ja. Genau, auch die gewisse bayerische Lebensart, auch in Anführungsstrichen Berglerische, wo es ja der Bayern im Teiljahr ist. Ja. Da gibt es viele Verknüpfungs- und Berührungspunkte. Sehr viele sind, Schweizer sind sehr gern in München oder machen eben Ferien im Allgäu. Also das haben sie wirklich sehr gern. Mir war es wieder wichtig, ich bin der, der den Schritt ins Ausland gemacht hat. Und es ist an mir, die Schweizer zu verstehen. Und auch wenn es ein paar Mal Nachfragen benötigt, ist es wirklich wichtig, weil wir alle uns über die Sprache identifizieren. Und ich habe das jetzt in Bayern oftmals auch sehr unpassend gefunden. Entschuldigung, ich möchte da nicht zu nahe treten. Wenn ein Preis in Lederhosen dann versucht, bayerisch zu reden, auch Katzlschworf oder ähnliches, das ist nicht authentisch. Und ich selber, ich rede auch nicht hier jetzt in der Schweiz Schweizerdeutsch, weil das für mich auch nicht stimmig wäre. Der jüngere Sohn, der spricht verschiedene Schweizer Dialekte, fließend und super. Aber das ist auch was ich, meine Herkunft, meine Prägung ist natürlich aus dem Ausland und das darf man auch hören. Gleichwohl, wie gesagt, die gemeinsame Brücke ist, dass ich mein Gegenüber, meinen Schweizer gegenüber, auch verstehe. Ich behaupte jetzt einmal sogar, dass ich Wallisch-Dütsch verstehe. Okay, was manche Schweizer sogar nicht so gut verstehen, oder? Und wie lange hat das so, am Anfang hat es wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten gegeben, wie lange hat das gedauert, bis du sagen konntest, jetzt kann ich einem Gruppengespräch folgen, was ja nochmal eine größere Herausforderung ist. Das glaube ich ist recht, also dadurch, dass ich natürlich permanent Kontakt gehabt habe mit Schweizer, ist das eine fließende Übernung gewesen. Ich kann es jetzt nicht genau benennen, aber es hat sicherlich ein paar Wochen gedauert. Und ja, es ist ähnlich wie eine Fremdsprache. Ja, ja, das finde ich auch. Das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn du sagst, ein paar Wochen, dann glaube ich, oder wage ich mal zu behaupten, dass das als Bayer dann einfacher ist, als für mich jetzt da als Westfale oder als Ruhrbundler, oder wie man das auch will. Wie man das auch sagen will. Bei mir hat es schon so ein paar Monate gedauert. Und eben, ich hatte ja sogar meine Partnerin, die war ja Schweizerin, eben das ist ja im Privaten und im Beruflichen. Und trotzdem hat es aber einige Monate gedauert. Und gerade so Gruppengespräche, die waren am Anfang extrem schwierig für mich. Ja, also wie gesagt, ich habe ja instruiert. Also ich, wenn ich Hochdeutsch gesprochen habe, dann war es so, als wenn ein Schweizer Hochdeutsch spricht. Also es war schon auch immer Akzent gefärbt. aber es hat schon vielleicht drei Monate, möchte ich sagen, was dauert. Das ist fix, würde ich sagen. Würde ich jetzt sagen. Ich habe keinen Vergleich jetzt. Ja. Also mir wird immer wieder gespiegelt, ich habe, die Art, wie ich schreibe, hat sich verändert. Okay. die Art, wie ich spreche oder auch telefoniere. Also das wird mir von Deutschen dann wieder gespiegelt, dass ich wohl eine andere Melodie habe und ein anderes Wording. Also ich habe dann schon auch, was ich, Velo fahren oder ich gebe dir das Telefon. Also so diese Phrases, die nutze ich dann schon. Also das ist dann aber, das kommt dann einfach so. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, dieses Aufgesetzte, Aufgestellte. Ja. Aber eben, das stimmt schon. Also man nimmt da schon was auf, oder? Eben dieses so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, diese andere Melodie, oder? Mir fällt jetzt auf, dass du immer wieder das Oder sagst. Das ist ja auch wieder, das ist bei mir drin. Dieses Schweizer-Dütsche aber auch, dass die am Anfang immer so, ja, du hast doch jetzt irgendeine Behauptung und dann kommt Oder, äh? Das ist halt so. Die Deutschen immer voll so verunsichert, so, hey, will er jetzt eine Zustimmung? Oder was will er jetzt? Ja, genau. Und, aber das ist halt auch was, was du jetzt so offensichtlich angekommen hast. Ja. Ja. Sprache verändert sich dann, auf jeden Fall. Ja, sicher. Und dann hört man immer wieder, und das haben wir auch in einem Vorgespräch schon besprochen, eben der, Tom hat mich kontaktiert, weil er das Video mit der Sabine angeschaut, schauen hat. Ich verlinke das auch nochmal oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und in den Vorgesprächen haben wir dann, kamen wir dann zu dem Thema irgendwann, dass es doch gewisse Vorurteile gibt gegenüber Schweizer, oder dass gewisse Deutsche sagen, ja, mit den Schweizer könnten, könnt ihr ja eh nicht in Kontakt kommen. Ihr bleibt immer die Deutschen, ihr seid immer die Ausländer. und eben, ihr seid, ihr kommt dort nie an, oder? Ihr werdet dort nie richtige Freundschaften schließen können. Und jetzt bitte deine Meinung dazu. Also auf uns hat ja niemand gewartet. Und wie wir gezügelt sind, also wir sind ja wieder dabei, gezügelt. Ja. Also wie wir ausgewandert sind, war das erste Wochenende, wo wir mit den Nachbarn alle, also mit den unmittelbaren Nachbarn Kontakt aufgenommen haben und haben die zur bayerischen Brotzeit eingeladen. Dann hat es dann eben bayerisches Brot gegeben, Weißwürst, Kleberkais, ich weiß gar nicht mehr, und ein bayerisches Bier. Und das ist ja immer als Geste, wer wir sind, dass wir uns quasi wie bekannt machen. Und das, denke ich einmal, war so ein guter Einstieg. Nicht darauf zu warten, dass jemand auf mich zukommt und mir zeigt, wie schön die Schweiz ist, sondern einfach den ersten Schritt auf andere zu gehen. Und, ja, und dann einfach, aber das sind wir, so sind wir halt auch in Deutschland unterwegs gewesen, und dann hat sich einmal die Nachbarin, die hat sich dann an der Schulter verletzt, und dann haben wir in dem Jahr viel Schnee gehabt. Da muss man ja keiner sagen, auf dem Weg zum Dienstag hat er dann für sie dann auch noch Schnee geräumt. Also einfach so, und das merken die Leute dann auch recht schnell. Und die haben dann auch, die nehmen das dann schon sehr wertschätzend wahr. Und dann kommt halt sehr häufig der Spruch, ja, ihr seid ja keine Deutscher, ihr seid ja von Bayern. Ah, das kommt wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Okay. Und dann habe ich einmal, nach einem Jahr oder was, habe ich einmal so so komischen, ganz schrägen Veranstaltungen, deutsche Auswanderer in der Schweiz, habe ich da so einen Stammtisch besucht. und das, was da hier Stereotyp von deutscher Seite aus geäußert wurde, habe ich nur einen Kopf schütteln können. Alle so blöd, die reden so komisch und das ist so und ich sage, ja, dann müsst ihr heimbleiben. Also das, wenn alles in Deutschland besser ist, dann gibt es keinen Grund, dass du hier bleibst. Und dann auch die Aussage, also eines ist klar, das war von dem Veranstaltungsleiter, ihr werdet nie zu Schweizern privat eingeladen. Das hat er noch nie erlebt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Moment einmal, das kann ich so nicht bestätigen. Wir sind auf Hochzeiten eingeladen gewesen, auf Beerdigungen, leider Gottes auch. Wir haben feste Freundschaften, wo wir uns regelmäßig einladen, wo wir gemeinsame Aktionen machen. Und dann kommt auch wieder der Spruch, ja, du bist der Bayer, das ist ja, du bist der anders. Also, ich weiß nicht. Das hört sich für mich wie eine Ausrede an, also von demjenigen, oder wenn er sagt, weil, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das finde ich auch. Und dann habe ich auch gesagt, ich glaube, es passt nicht. Und habe die Zeit dann abgebrochen und bin dann heimgefahren. Ich war mir zu platt. Also da frage ich mich ernsthaft so, ich meine, da trifft man sich dann als deutscher Auswanderer in der Schweiz und ich habe ja auch schon mal Community-Treffen gemacht. Da war das aber ganz, gar nicht so. Klar waren da auch mal Leute dabei, die dann schon auch ihr Leid beklagt haben und auch gesagt haben, die haben Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen und so. Aber die große Mehrheit der Leute hat das nicht so gesehen. Und ich persönlich sehe es auch nicht so und ich sehe es auch und höre es auch immer wieder aus der Community, oder? Und eben nicht nur, man muss nicht Bayer sein oder, keine Ahnung, Schwabe oder einen gewissen Dialekt sprechen, um hier mit Schweizern in Kontakt zu kommen. Klar habe ich es jetzt noch mal, wenn jetzt da auch wieder Kritiker kommen sollten oder habe ich es natürlich auch wieder einfacher, weil meine Frau Schweizerin ist, aber auch sie, bevor sie überhaupt mit mir schon zusammen war, da hat sie auch schon viele deutsche Freunde gehabt, unabhängig von dem, die auch natürlich hier in der Schweiz am Arbeiten sind oder so. Von daher, so eine Aussage wie, das kann nicht sein oder das wird nicht sein, das ist absoluter Bullshit. Das ist so viele Argumente. Und so eine Veranstaltung zu organisieren und dann sowas zu propagieren, muss ich schon sagen, ist ja schon, also nein, es war eigentlich besser gar nichts. Es war eigentlich mehr fast eine Verkaufsveranstaltung, denn sein primäres Ziel war, dass er Versicherungen verkauft, dass er die Leute quasi wie, ja, deren Unsicherheit, sich zurechtzufinden, Krankenkasse ist ja das Thema, ist ja gänzlich anders gestaltet wie in Deutschland, dass er eben hier irgendwo Abschlüsse tätigt. Und wie war das denn für deine beiden Söhne, als die jetzt hergekommen sind, eben mit der Schulzeit, das ist ja schon auch, das ist ja so schon eine Herausforderung, wenn man innerhalb Deutschlands die Schule wechselt, aber wie war das denn für deine beiden Söhne hier? Der Lukas ist ein Jahr, nach Höchstsprache, ein Jahr zurückgestuft worden, von der Klasse her, weil alle ihre Schnupperlehren und Ähnliches schon gehabt haben. Und von daher wäre er wie benachteiligt gewesen. und die erste Woche bis hergekommen sind, war es auch spannend, weil es war eine Projektwoche und da wurden meine Söhne einfach zugeteilt, weil sie eben nicht anwesend waren. Und da war der Jonas, Mountainbike, Technik, Fahrtechnik und dann haben die da Touren gemacht, wo ich sage, Chapeau, also da steige ich ab. Also mit Schulschlasse, hier irgendwo schmale Brückenstege, wo es dann halt im Bachbett wirklich beim Fahrfehler dich auf alle Fälle verletzt, wenn es du unterfällst. Oder auch in der Schule, zweimal im Jahr, erinnerlich, haben die von Hitzkirch aus im Kanton Luzern, nach Luzern, Vierwaldstätter See, Nachtwanderung. Also das war eine Aktion mit striktem Verbot von irgendwelchen diesen Red Bull Getränken oder ähnlichen und dann sind sie durch, Buben und Mädel und dann gemeinsam ist Frühstück am Vierwaldstätter See und der Lehrer hat dann eben eine runde Red Bull spendiert. Und das ist halt auch schön gewesen. Oder eben ein halbwilder See, das sind auch so knapp 25 Kilometer, ist dann ein-, zweimal im Jahr umwandert worden. Und ganz bemerkenswert und charmant finde ich zum Beispiel, dass nach am Ende der obligatorischen Schulzeit jeder Lehrer bis zum Direktor den Schülern das Du anbietet. Und jeder Schüler wurde jeden Tag mit Handschlag begrüßt und verabschiedet. Und das ist, finde ich, das ist halt noch Oldschool und sowas schätze ich. Und nachdem die obligatorische Schulzeit vorbei war, wurden unsere Kinder zum sogenannten Jungbürgeranlass in der Gemeinde eingeladen. Das heißt also, ein lokales Unternehmen wurde besichtigt, dann wurde die Gemeinde, also die Gemeindeverwaltung hat sich da vorgestellt, der Bürgermeister, und dann wurde beim Aparo Fingerfood wurden sie quasi in der Erwachsenenwelt dann auch willkommen in den Kreisen. Und das finde ich sind tolle Gesten und ja, das ist für mich sehr wertvoll sowas und das haben auch unsere Kinder sehr wertgeschätzt. Auch mit den Lehrern waren wir alle partout und ja, ich habe es gar nicht gewusst, weil auch die Elternschaft, man stellt sich vor, das ist auch schweiztypisch, jeder wird mit Handschlag begrüßt, also auch wenn ein Elternsprechtag ist, ja, und der persönliche Bezug und dann stehen Getränke auf den Tisch und eben auch irgendein kleiner Snack. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als wie man es jetzt von Deutschland her jahrelang kennt hat. Also war das auch ohne Probleme alles so? Genau, der Lukas hat dann auch seine Lehre gemacht als Zimmermann, der Jonas ist dann nach Luzern gegangen, hat dann dort seine Fachmittelschule gemacht, also sprich als 10. Schuljahr und dann noch die duale Ausbildung, also Fachmatura und zwei Selvieri dann. Vor ein paar Tagen hat mich eine Polizistin angeschrieben aus Deutschland und sie würde gerne zu ihrem Freund, also ein Freund, der ist Schweizer, lebt auch in der Schweiz, sie würde gerne zu ihm ziehen und sie fragt sich jetzt, was bieten sich da für berufliche Möglichkeiten an? Gibt es das überhaupt? Also die Schweiz sucht tatsächlich händeringend Polizisten und es ist tatsächlich schwieriger als man das allgemein annimmt. In der Regel ist es so, dass die deutsche Polizeiausbildung nicht anerkannt wird. Das ist jetzt mein Wissensstand, möglicherweise hat sich was geändert, das gesamtpolitische Gesamtkonzept oder bildungspolitische Gesamtkonzept. Für die Polizeiausbildung hat sich ja jetzt seither wieder um ein Vielfaches geändert. Das heißt, die Voraussetzung wäre zuerst einmal, dass sie einen C-Ausweis, C-Bewilligung hätte, um die Voraussetzung für die Polizeiausbildung zu erfüllen und ansonsten sehr schwer. Ich kriege immer wieder Mails oder Anfragen auch aus Bayern, wo ich sich mit dem Gedanken drungen, in die Schweiz zu gehen. Okay, also nicht so einfach. Nein, das ist definitiv nicht so einfach. Gäbe es vielleicht andere Bereiche, wo sie Fuß fassen könnte? Ja gut, wenn du in Deutschland bei der Polizei bist, dann bist du Lebenszeit verbeamtet, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Und es gibt hier natürlich sehr viele polizeiähnliche Organisationen, Securitas, wo natürlich auch polizeiähnliche Aufgaben wahrnehmen. Aber hier den Wechsel zu vollziehen, das muss jeder sehr gewissenhaft prüfen, was er dann an Gegenleistung erhält, wenn er das eine aufgibt und das andere eintauscht. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich Thema Geld. In der Schweiz ist alles teurer und so ein Umzug, der lohnt sich sowieso nicht. Das hört man ja regelmäßig von Deutschen, die in Deutschland leben und sich mit der Schweiz nicht so gut auskennen. was sagst du dazu? Ja, ich muss da lachen, weil ich glaube, ich habe mich die ersten 14 Tage plus von Joghurt und von Quark ernährt, weil mir gedacht hat, das gibt es nicht, die Preise, also das Brot und Würstel und das, das ist exorbitant und ja, es nivelliert sich dann auch, das wird dir vermutlich ähnlich, kann man sagen. absolut, genau gleich. da fällst zum Glauben ab, also das ist wirklich ganz speziell. Wir haben jetzt vor kurzem wieder Besuch gehabt aus Deutschland und die haben einen Vergleich zu Migo, Aldi, Zungen und haben gesagt, also die Preise aktuell sind durchaus vergleichbar. Ja, das höre ich auch. Das höre ich auch. Nur ist halt hier natürlich das Einkommen anders. Was natürlich auch wichtig ist zu erwähnen, das sind die das andere Krankenkassensystem, also dass du hier natürlich ganz andere Leistungserbringungen hast durch die Krankenkassen, dass du natürlich andere Beiträge zahlst, dass Zahnarzt generell Privatsache ist und ähnliches mehr. Also das ist dann schon auch ein Gewöhnungsprozess. Versicherungen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man mal einen Schadenserfall hat und das ist völlig unkompliziert ist das abgewickelt worden. Da hat es geheißen, okay, was hat das bei dem Neuerwerb gekostet, nicht der Zeitwert, sondern Neuerwerb und das wurde dann mit dem entsprechenden Abzug vom Selbstbehalt völlig unproblematisch abgewickelt. War das ein Hausratschaden oder Privathaftpflicht Schaden oder Auto? Tatsächlich haben wir zwei Schäden gehabt. Einmal war es ein Riesenglück gehabt, ein klassischer Ding. Meine Frau raucht hin und wieder Zigarette, hat den Aschenbecher entleert und dann hat sich der Abfallsack entzündet und hat unseren Rasenmäher am Fangkorb völlig zerstört und noch ein paar andere Sachen aus dem Stehgreif. Das war der eine Schaden, der ganz anstandslos gezahlt worden ist und dann im Rahmen vom Mountainbike Unfall, wo dann das Handy kaputt gegangen ist, der Helm natürlich, noch irgendwelche geringen Schäden am Velo und das ist alles ganz einfach abgewickelt. Wo ich dann eher das in Erinnerung gehabt habe, dass in Deutschland das ungleich komplizierter ist, wo dann auch die Bemessungsgrundlage für die Rückerstattung der Zeitwert ist und der Wiederbeschaffungswert und solche Dinge. Habe ich pragmatischer hier und kulanter finde ich auch. Das zieht sich auch in der Steuererklärung aus. Du hast so hohe Steuerfreibeträge, dass du nicht hier die einzelnen Tickets und Rechnungen sammeln musst. Du hast einen recht hohen Weiterbildungsanteil. Also das ist recht pragmatisch, wenn ich das jetzt mit den Deutschen erinnere, was da los war. auch das ist was, wo ich sage, okay, das ist toll. Aber eben was du auch noch vorhin angesprochen hast, eben das Lohnniveau ist natürlich auch ganz anders. Das heißt, wenn Deutsche herkommen und dann die Schweizer Preise sehen, klar ist das für jemanden mit einem deutschen Lohn sehr teuer, aber man muss das ja auch immer ins Verhältnis setzen zu dem Lohn, den man natürlich hat. Ich denke mal, du wärst nicht damals gekommen, wenn du jetzt finanziell große Einschnitte gehabt hättest. Vermutlich doch. Für mich war die Tätigkeit wichtig und ich brauche alle paar Jahre neue Herausforderungen und es klingt jetzt vielleicht auch wieder macho-mäßig, ich bin ja gespannt, was für Kommentare, aber ich habe zu meiner Frau damals gesagt, auch transparent, da war ich noch bei der Bundeswehr, ich sage, du Schatz, ich kann dich nur heiraten, wenn ich weiß, wenn ich irgendwann mal sage, du lass uns da und dahin ziehen, dass du auch mit gehst und das Versprechen habe ich hier abgenommen und es war damals an und für sich die Kanada immer im Fokus und aber immer im Ausland arbeiten ich habe dann einmal Angebot gehabt auf Dubai wollte sie nicht in Ordnung es muss ja für beide passen und dann wie gesagt hat sich das mit der Schweiz auf da und ich glaube ich werde tatsächlich oder wir werden tatsächlich auch mit geringerem Lohn im Verhältnis her gegangen weil für mich eben die Aufgabe so reizvoll war und auch diese neue Erfahrung diese Entwicklungen die ich jetzt hier die letzten zwölf Jahre gemacht habe ich glaube diese Lernkurve hätte ich jetzt in Deutschland so nicht gehabt die wäre wesentlich flacher gewesen was gefällt dir denn in der Schweiz besonders die Menschen wir leben im ländlichen Gebiet eingebettet zwischen zwei schönen Hügeln das ist eine voralten Landschaft und mitten zwischen zwei sehr schönen Seen im nächsten Hügel ist der nächste und das ist natürlich auch für uns vom Freizeitwert her ist das immens wir haben hier sternklare Nächte ich habe hier so viele Sternschnuppen mein ganzes Leben gesehen sogar Kometen kurze Wege eben zum See Frühsport draußen 6.30 Uhr mit der Frau 6.30 Uhr mit der Frau 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr mit Kollegen und dann im Anschluss gehe ich mit dem Hund spazieren und hopfe dann oft das ganze Jahr in der Woche in den See und schwimme dann da so eine Runde bin mit dem Hund im Wasser und gehe dann raus und gehe dann wieder heim und das ist einfach schön viel Direktvermarktung zum Beispiel Discounter oder eben Amigo oder auch schöne wir haben im Ort sehr schönes Blumengeschäft die ganzen Gestecke die bleiben draußen da wird nichts weggesperrt also das oder auch Direktvermarktung wo dann die Kasse noch offen liegt also das sind so Sachen wo für mich auch Lebensqualität gab es das denn in Bayern bei euch dass so Supermärkte das Zeug gar nicht reingetan haben ich kenne auch so Beispiel Blumenerde bleibt draußen Blumengestecke Blumen also Topflumen und so gab es denn sowas in Bayern in NRW gibt es das auf gar keinen Fall das wäre alles am nächsten Tag weg oder nein so in Ingolstadt hat es leider auch nicht mehr gegeben im Allgäu gibt es schon noch Direktvermarktung Milch Buttermilch Joghurt und solche Sachen man kaufen kann aber jetzt da wo ich jetzt ursprünglich herkomme hat es schon immer gegeben das ist halt auch Ausdruck dass man wertschätzend mit der Infrastruktur umgeht dass eben die Hobby Tag ich meine hier flächendeckend überall diese Abfalleimer für die Hunde Hinterlassenschaften wo du dann eben deine Plastiktüte ziehen kannst und das entsorgen kannst das funktioniert alles also das die Infrastruktur dann Freibad wo du nichts zahlst also das Freibad hat einen Kiosk super Infrastruktur gehst in den Wald und dann gibt es hier diese Grillstellen wo du dann eben mit der Familie grillen kannst unvorstellbar immer alles voll genau also und das wird alles unterhalten das wird alles gepflegt das funktioniert ja auch nur weil es gepflegt wird weil die Leute auch sorgsam damit umgehen oder oder auch jetzt im Body zum Beispiel dass hier ortsansässige Jugendliche am Abend dann den Müll entsorgen fürs Body und hier die Sauberkeit gewährleisten und kriegen halt da ein Obolus aber sie dann erkennen natürlich dann auch die Verantwortung dass das unterhalten werden muss das sind alles so Punkte wo mich einfach begeistern das macht ja auch Lebensqualität aus und in Deutschland war es leider schon so dass viele gemeinnützige Sachen mutwillig zerstört worden sind Graffiti oder tatsächlich Parkbänke aus Holz verstört worden sind da blutet man dann schon das jetzt das finde ich auch mal ganz schlimm wir haben vorhin mal gesprochen ich war bei meinen Eltern in Deutschland am Wochenende da habe ich auch gesehen da planen die neues Projekt da sollte eine Wasserstadt entstehen mit so Grachten und so und da haben auch so Holz Zäune hingebaut als Abgrenzung und jeder Holz Zaun war in der Mitte durchgebrochen also einfach nur weil einer irgendwie gedacht hat ich mache es jetzt kaputt oder und alles mögliche war vollgesprüht die Straßenschilder und so der Kreisverkehr und dann denke ich mir auch sehr man kann halt gewisse Sachen dort hinten bin und ich erzähle das dann glauben die mir das denke ich manchmal gar nicht ich habe Schulungen gemacht vor zwei Wochen in Deutschland und ich habe meinen Hund dabei und dann sind wir zum Schwimmen gegangen es war im Sommer das Erlebnis allerdings und dann bin ich in einem Baggersee da bin ich übelst beschimpft von Hundemade Verbot und gleich gefilmt und ruft die Polizei so jetzt pass mal auf ja und jeder lässt den Hund die Hinterlassenschaft und hier im Beutel hochkommen und sag ich du pass mal auf dieser Baggersee bei uns wir haben glasklare Seen wunderschön und überall kann der Hund mitnehmen also was ist dein Problem also auch da dieses Reglementieren dieses Böse aufeinander sein und das würde auch wenn da da kennt man auch so gerne so den Unterschied so wenn das in der Schweiz vorgekommen wäre und jemand ein Schweizer hätte das jetzt gestört dann hätte er aber wahrscheinlich ganz anders mit dir kommuniziert oder ja das ist schon so also gleich mit Video das ist so ziemlich strange gewesen das glaube ich richtig krasse Geschichte ja und gibt es noch etwas was dir nicht so gut gefällt an der Schweiz oder was negativ auffällt oder so muss ich jetzt echt überlegen nein ich möchte sagen Menschen sind menschlich das ist so und das Optimum das stelle ich auch nicht dar und das möchte ich auch von meinem Gegenüber nicht erwarten nein ich möchte sagen so das Gesamtpaket das was für meine Familie und für mich wichtig ist das stimmt und das ist wie gesagt auch damit verbunden menschliche Begegnungen Lebensqualität und wenn ich sage menschliche Begegnungen vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu wir fühlen uns wohl in der Schweiz und dann habe ich mir die Frage gestellt was kann ich in der Gesellschaft denn Gutes tun wie kann ich mich dankbar zeigen und dann bin ich eben auf ein Inserat aufmerksam worden und wurden Caregiver gesucht das ist in Deutschland sagt man Kriseninterventionstilien und da habe ich mich gemeldet und dann hat es offensichtlich gepasst dann war ich fünf Jahre lang dort tätig und habe Menschen in akuten Situationen mit einem Partner wir waren immer zu zweit Beistand leisten können also in der Regel nach Suizid Verkehrsunfall oder ähnliches also nach Ableben von geliebten Menschen und da gibt es auch in der Schweiz viele Menschen die leider kein soziales Netzwerk haben auf das sie sofort zugreifen können und da haben wir diese Zeit überbrückt und diesen Menschen helfen können und jetzt gegenwärtig also jetzt habe ich beendet weil ich dann zu viele Terminkollisionen gehabt habe und gegenwärtig haben wir wieder einen Hund einen deutschen Chef Hund das ist jetzt 13 Monate und dann schauen wir mal im September ist dann die Überprüfung ob er sich dann zum Therapiehund eignet und dann möchte ich den dann zum Therapiehund ausbilden das ist auch wieder finanzielle Vorleistung nicht ganz unerheblich auch zeitliches Engagement und dann eben Menschen die weniger Glück im Leben haben dann mit dem Hund Freude machen das ist so unser Selbstverständnis also auch was zurückgeben das ist also ja einfach schauen wie man sich einbringen kann wir sagen immer man sollte man sind immer alle anderen noch nicht man selber und auch hier die Verantwortung übernehmen und sagen okay das ist jetzt was das passt jetzt und das will ich jetzt machen und das war schon auch mit Aufwand verbunden also wir haben teilweise zwei oder drei Einsätze pro Nacht gehabt und wie gesagt immer schwere Fälle schwere Fälle Trauer ist schwere Kost und eben vielleicht noch ein bisschen was du deiner beruflichen Tätigkeit jetzt ausübst du bist eben du warst an der interkantonalen Polizeischule dann vom Fachbereichsleiter dann zum Lehrgangsleiter das heißt ich war Disziplinarvorgesetzter für 160 Schüler Polizeischüler und Vertrauenslehrer Prüfungsverantwortlicher und eben auch das Bindeglied Single Point of Contact für die Kommandanten und für die Ausbildungsverantwortlichen und das habe ich 2014 beendet und habe mich dann selbstständig gemacht und habe hier ich unterrichte an Hochschulen Universitäten eben Leadership ich bin ausgewilleter Mediator und durch Firmen dabei unterstützen die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu optimieren das ist die eine Säule die andere Säule und die ist jetzt immer dominanter das ist Thema Sicherheit ich nenne es integrale Sicherheit da geht es also um besondere Vorfälle von Drohanruf über Drohbriefe bis hin zu konkreten Gefährdungssituationen wo ich dann eben auch da die Firmen berate auch Trainings anbiete das geht über Spitäler zu Firmen Lebensmittelkonzerne wie sich da Mitarbeiter in bestimmten Situationen richtig verhalten das Ganze ist abgestimmt natürlich auf das taktische Vorgehen der Polizei sodass also nach Amok oder Terrorfall das Verhalten der Mitarbeiter stringent ist also sprich dem taktischen Vorgehen der Polizei das noch unterstützt und ich bin natürlich da auch darf ich mich als Experte bezeichnen ich komme aus dem Bereich also ich habe das Bayerische Amokonzept mitentwickeln dürfen und habe hier entsprechende Kenntnisse sodass ich da ja auch international recht gefragt bin gegenwärtig bin ich dabei eine neue Firma zu gründen muss jetzt nur ein paar Sachen abklären wo eben nur dieses Sicherheitsthema abbildet wo es um Reisesicherheit geht wo es um Vorbereiten von Schulungen Durchführen von Schulungen geht und ähnliches mehr und meine direkte Art kommt auch hier zum Tragen ich habe hier mit dem CEO eines großen Konzerns gesprochen nachdem die verschiedene sehr bedenkliche Vorfälle gehabt haben und dann sagte er irgendwann jetzt sind Sie mal ehrlich das kann man ja nicht lernen man würde eh so sich verhalten wenn man sich eh verhält dann habe ich gesagt ja wie würden Sie jetzt reagieren wenn ich jetzt aufstehe und ein paar auf die Zwölf haue da schaute ich mich an da waren natürlich die anderen Geschäftsführer auch dort haben sich gefreut über diese Frage und dann sagte er ja wo soll ich das wissen so ja gerade haben Sie doch gesagt Sie würden sich so verhalten wie Sie sich eh verhalten würden was ist denn Ihr Erfahrungsschatz die Schlägerei in Anführungsstrichen mit den Geschwistern vor 40 Jahren oder was ist und das ist genau das und das kann man trainieren und da gibt es eben ja bestimmte Vorgehen und Schulungen wo dann halt sich die Mitarbeiter zielführend verhalten das ist sehr viel wert weil letztendlich ist es mein Herzenswunsch tatsächlich ich möchte Brückenbauer sein damit sich Menschen in einer sicheren Umgebung korrekt verhalten und miteinander umgehen ja also wirklich ein sehr spannendes Thema da könnte man sogar ein extra Video noch drüber machen aber wenn euch das interessieren sollte wenn ihr vielleicht auch in der Situation seid wo ihr vielleicht denkt das wäre auch was für unser Unternehmen also vor allem Unternehmen berätst du ja genau aber ich habe auch ich bin auch im privaten Bereich also Führungskräfte die ich dann halt in SAC Hütten zwei Tage begleite ich bin früh in der Schweiz im Kloster Fischingen hervorragende Infrastruktur wo ich dann halt eben mit Einzelpersonen hier zu deren speziellen Themen Beratungen mache aber auch hin und wieder kommen Leute zu mir die in einem bestimmten Lebensabschnitt sind und suchend sind und denen habe ich auch schon viel helfen können ok welches Thema mehr interessiert könnt ihr dann gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschauen da verlinke ich dann die Webseite vom Tom könnt ihr euch dann genauer informieren über das Ganze und dann jetzt zum Abschluss die letzte Frage was empfiehlst du den Leuten die auch über eine Auswanderung nachdenken unabhängig davon in welches Land sie jetzt gehen du kannst vielleicht auch davon gut berichten weil du hast ja auch mal überlegt nach Kanada zu gehen ja Kanada Dubai waren schon so gedankliche Ausflüge ja es ist es ist abhängig wenn man mit Familie auswandert dass die Schulsituation auch geklärt ist und wenn man mit einem Partner auswandert es muss immer für beide stimmen hier für die Schweiz es ist mir oder erscheint es mir wichtig dass man sich einen Kanton raussucht wo man Bezug dazu hat also es gibt hier Luzern Zentralschweiz passt jetzt für uns auch vom geografischen her wir sehen die Berge aber wir sind noch weit genug weg und haben eine relativ gute Infrastrukturanbindung ja wenn du in Kanton Schaffhausen oder in Grenznähe zu Deutschland bist ist das natürlich wieder ganz anders da wirst du auch als Deutscher anders wahrgenommen das sind so Dinge die unbedingt abgeklärt werden sollen und letztendlich sich von der Euphorie von der Schönheit des Landes auch nicht blenden lassen wenn wir in Kanada waren haben wir ja diesen Aufenthalt primär unternommen auch um eine Auszeit das war zwischen Bundeswehr und zwischen der Polizei haben wir ja dieses Land in verschiedenen Jahreszeiten kennengelernt wenn man es vorher kennt von Urlaubsaufenthalten her im Sommer und jetzt haben wir es halt auch im Herbst im Frühjahr und so weiter in verschiedenen Jahreszeiten erlebt und halt da auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut sodass also diese Urlaubseuphorie wo es ja wo man eh in einem anderen Modus ist dann halt auch wie man wegfällt und man das auch wegen Nüchterner beurteilen oder einschätzen kann ob man sich denn hier dauerhaft wohlfühlen könnte ja perfekt super Schlusswort dann vielen Dank Tom dass du dich bereit erklärt hast das Video mit mir zu machen und dann hoffe ich hat es euch gefallen ich verlinke dann noch ein weiteres Video im Abspann und hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao